So, da ist er wieder, der Eidemann, äh, hier. Und jetzt muss man die Lichtschwerte aufrüsten. Dann überspringe ich, das kennen wir ja alle schon. Ja, Mikro an, gut. So, so, so. Ich muss jetzt hier einiges machen. Ich habe auf Kuril ja so viele Level bekommen. Das geht so gar nicht weiter. Erstmal zu so einer Aufrüstwerkbank am besten. Na ja. Okay. Moin, siehst du jemanden zum Zusammenzocken? Äh, Hallolchen, MSK1998. Aktuell, nein. Der, mit dem ich zusammenzocke, der ist nicht da. Und danke für dein Follower. Ich habe doch schon welche, mit denen ich zusammenzocke. So, äh, das war mein aktuelles Lichtschwert. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Äh, Kristall. Alter. Gehst du mal weg? Kristall kommt auch noch raus. Und jetzt kommt das neue Lichtschwert. Wo ist es? Da unten ist es. Das kann ich... Das kann ich... Aber egal, das macht so oder so mehr Damage. Warte mal. Hä? Ich will das da rein haben. Mehr nicht. So. Okay. Äh, du wirst auf jeden Fall erstmal ausgerüstet jetzt. Dann brauche ich mir ja im Grunde doch gar keine Verbesserung, Kurve. Außer, die machen das andere Lichtschwert natürlich noch ein bisschen besser. 60. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Wir fangen wieder unten an. Äh... Beherrschung 120. Das war... Oh, Alter. Oh, da wird das andere Schwert ja doch besser werden. 101 Ausdauer. Ähm... Beherrschung 108. 114 Ausdauer. Ich würde tatsächlich das hier nehmen. Dann das Teil. Ähm... Was hat man hier am höchsten? Beherrschung und dann Angriff. Ja. Ah. Ah. Nehmen wir das da. Und hier war das höchste kritischer Treff. und dann Angriff. Mhm. 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 Treffer, Ausdauer und dann Angriff. Kritischer Treffer, Ausdauer, Angriff. Na, dann wäre ich tatsächlich für das hier. Viel Glück da draußen. Jo, ich dank dir. Hier war das. Und das ist jetzt tatsächlich besser als meins, was ich gerade aufgewürstet habe. Gut. Dann, oh, schon das andere Lichtschwert. Hier. Das, äh, das da hin. Und den da rein. Gut. Oh ja, das macht definitiv mehr. Äh. Hä? Stopp mal. Meins macht 102 Beherrschung. Das macht 109. Ach so. Ich kann auch eh bloß eh nicht Schwert nutzen. Ja gut. Dann werden wir den Quark mal verkaufen gehen. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Das hebe ich mir auf, wenn ich Abo geholt habe. Kommt heil wieder. Genau. Reparieren muss ich glaube noch gar nichts. Was? Nee, nicht wirklich. Ah, kann ich Geld sparen. Und jetzt geht's ab nach Narschotter. Oh, was ist das hier? Ja. Huch. Haltet ihn auf. Er ist ein Mörder. Hehe. Hä. Sehr gut. Ihr Jedi seid wirklich so schnell, wie man sich erzählt. Wenn ich das mal so sagen darf. Ein Jedi könnte sich mit ein paar Kopfgeldern hier und da einen ganzen Batzen Credits verdienen. Das solltet ihr euch mal überlegen. Näh. Jedi setzen ihre Ausbildung nicht ein, um finanziellen Profit zu machen. Hey, das respektiere ich. Ich meine ja nur, dass jemand wie ihr bestimmt besonders viele Mistkerle aus dem Verkehr ziehen könnte. Falls ihr Interesse habt, meldet euch bei der Kopfgeldvermittlungsgesellschaft. Da läuft gerade eine Sonderaktion und sie haben mehr als genug Aufträge für alle. Ich sollte unseren Freund hier jetzt besser mal abliefern. Nochmal danke für die Hilfe. Was? Warum? Oh mein Gott. Wo ist denn das? Aber genau, Kampfausbildung. Da muss ich auch nochmal hin. Da muss der Eike auch nochmal hin. Äh, das war Botschafterausbildung. Nein. Hier. Der Gebrauch des Lichtschwerts. Das Kunst- und Wissenschafts- Oh. Reflektiert. Drei Sekunden lang die direkte auf ein einzelzielgerichtete Fernkampf- und Technik- und Technik- Ja, das brauche ich eher weniger. Wir können jederzeit zusammen. Das hört sich hier unten aber gut an. So, auf geht's mal wieder nach Nachshada. Ja. 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 Ja, das müssen wir uns nicht angucken. Das ist langweilig, dass wir springen waren. Ja, das müssen wir uns nicht angucken. Und das müssen wir uns nicht angucken. Was ist denn das? Oh, eine Rettungskapsel. Oh, eine Rettungskapsel? Oh, die möchte ich nicht angucken. Nicht, dass ich wegfliege. Äh. Kopfgeldvermittlungsgesellschaft. Ja, die machen wir irgendwann mal. Wenn wir Lust zum Klaune haben. Oh. Die machen wir irgendwann mal. Warte mal, das ist Tee. Dingsbums. Auf dem Kartell, Manns. Aha, ich habe aber auch keine Kartellmünze. Ich habe glaube keine Kartellmünzen, wenn es danach geht. So, na dann machen wir mal hier die wöchentlichen Aufgaben. So, wohin müssen wir denn? Wir müssen da... Nein, die Heldnuss 2 müssen will ich nicht annehmen. Das kannst du gleich ausblenden. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reise. Da ist eins. Da ist eins. Oh, da war ich dann noch gar nicht. Ich habe nachstatt da noch gar nicht komplett aufgedeckt. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Muss ich dann auch noch machen. Ich mag das nicht, wenn es unaufgedeckt ist. Irgendwie sieht der gleich da komisch aus. Irgendwie sieht der komisch aus. Reiters, Manns, Fliegerass, blablabla, der Ehrenhafte, der Pilot Wurmfutter, der Skala gestammelt, der Erhabene, der Anständige, der Aufrichtige, der Gütige. Nö. Ich bleib bei dem, was ich hab. Hallo, ich bin ja wieder auf Stufe 25 runtergeschraubt worden. Oh Mann. Wow, was ist denn hier los? Wow, was ist denn hier los? Wow, Alter. Das fängt hier aber auch hart an zu ruckeln. Holy shit. Das war's構. Das war's. Was ist denn hier los? Was ist das? Was ist das mit dem Weg? Was ist das mit den Weg die Z druffeln der Zukunft? Oh Mann. Bis dann ist das Bernstange! Sagt sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. 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 Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Dahin. Ja komm, scheiß drauf. Wir versuchen unser Glück einfach mal. Hä? Wo muss denn das hin? Ah. Mami. Habe ich überhaupt was davon? Äh. Scheiße, was habe ich für Essen aufgenommen? Das blaue Gedöns? Das grüne Dreieck? Das gibt es hier gar nicht. Ah. Scheiße. Hä, was muss ich denn machen? Ach, hier unten sehe ich es ja. Äh, drei. Nein? Okay, fünf. Ah. Zwei. Drei. Wartet, ich komme gleich. Alter, was ist denn das hier bitteschön? Das habe ich gar nie. Das habe ich. Blau und... Habe ich alles. Habe ich doch. Nein, das habe ich alles nicht. Scheiße. Was, was wollten die? Das da. Und das da. Das da. Und das da. Oh nein. Scheiße. Geh weg. Nein. Scheiße. Will noch jemand was? Ich habe noch was zu essen. Da. Habe ich gerade geholt. Bitteschön. Da hinten. Schneller Droide Was willst du? Ja, kriegst du gleich Ah, zu weit weg Das ist die 2 Bitteschön Will noch jemand was? Da Wie oft muss ich denn das hier so machen? Äh, was brauche ich? 2 5 Hab ich gerade geholt Hier Hä? Hab ich doch gerade geholt, oder? Hä, bin ich bescheuert? Äh, schnello! Was? Hier 2 Da 2 und 5 Hab ich Hab ich Äh, wie oft muss ich denn den Quark jetzt so machen hier? 3 3 Warte! Kriegst gleich! Hab ich gerade geholt 3 Los, wer will essen? Du Gott Ey, was willst du jetzt? Die 5 Bitte Da Da Wo? Hier 3 Hab ich Los Hier 3 Hab ich Nochmal die 3 Alter Wie verfressen seid ihr? Schon wieder die 3 Was ist so falsch bei euch? Wir haben noch andere Gerichte Aber verlangt bitte nicht, dass ich tanzen soll Schon wieder die 3 Was ist los mit denen? Was? Die 3 Äh, äh, äh Äh, äh Hä? Schnell Hab ich Was? 2 Was ist denn das? Die 5 Hier 2 Hab ich nicht mehr Hab ich jetzt Der will nur die 2 haben Nimm mal gleich 2 mit 2 Nein 2 Warte mal Die hab ich grad ausgeliefert Du Das hab ich nicht Hier Erst du 2 Der da hinten will die 2 Und die 5 5 5 2 Alter 3 mal die 5 Was? Ah, die 2 5 5 2 2 Scheiße Erstmal hier 5 Äh, 3 Äh, 1 Äh, 2 Hab ich auch noch Hey Die 4 hab ich auch noch Schnell neues holen Da, blau Äh, 4 Hab ich Oh 2 2 Alter, wenn ich die so viel hab, bin ich viel schneller Da, blau 4 2 Äh, ja doch 2 Gelb Ja Da Da 2 Was Ab Oh Hui Was jetzt Da Rot 1 Gib her Schnell Oh hier, blau Kann ich Spätes ausliefern Alter Blau Zeit läuft schneller ab Fies Äh, 4 2 Rot 1 Was noch? Da hinten Pink Äh, Lila Äh Ja, genau Nochmal Ah, das hab ich nur einmal Bin gleich da Moment Ich bin der einzige Roboter hier Hui Nein, falsche Nummer Halt 1 3 Gelb und Pink Was noch? Nochmal Pink Hä? Mami Okay, Kain, das ist definitiv nix für mich Äh Nein Doch, richtig 5 Blau Gelb Rot Äh, hier Blau war 4 Ne, 4 Hier 2 Äh, hab ich nicht Wo war ein Gelb? Äh, Rot Scheiße, Rot ist weg Das da Das da Das da Brauche ich doch Hier, Rot 1 Blau Äh Hi Abgeschlossen Was, 4. Gang? Was wollten wir? Was wollten wir? Gelb Äh, hier Schnell Turbospeed Pink Was? Gelb Hab ich Rot Rot Scheiße Ich mag das Ich mag das Gar nicht, wenn das auf Zeit geht Nochmal Rot Moin Moin Äh, Phoenix Grün Grün Was noch? Blau Äh, 3 So Grün und Rot Und Pink Und Pink Scheiße, das hab ich nicht Nein, was noch? 2 mal Pink Her damit Beeil dich Was, was noch? Nochmal Pink Nö Nochmal 5 5 Ah Scheiß Droide Äh Grün Pink 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 Und Blau Okay, erst mal Pink Dann Blau Beeil dich Da war noch was Grün Äh, was noch? Gelb Hab ich Äh, 2 4 Äh, was ist denn jetzt los? Ich hab's geschafft Ich mach hier halt diese Komischen Festspiele Ich mach diese Festspiele Äh Ja Warte mal Warum? Hä? Auf gut? Ja Was? 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 Das Hochbetrieb-Ding, das hat mir ja gerade auch schwer. Äh, wo mach ich den ganzen Quark jetzt? Da drüben. Machst du mal raus aus der Leck-Ecke dort. Äh, Chat, gehst du bitte? Danke. Was? Hey! Was denn jetzt? Und ich muss kochen? Äh, mach das da rein. Hä, was denn das? Hä? Hä, was macht... Was denn das? Was? Was? Woher soll ich das wissen? Äh, scheiße! Ich seh hier nicht mal, was ich holen muss. Alter, gibt's hier irgendwo die richtige Zutat? Halt ein Maul, Ruhe, jeder. Du nervst. Ah, ich hab's! Los! Essen wegschmeißen! Yeah! Finde etwas Schleimiges! Was? Das da? Äh, äh... Das sieht mir noch Schleim aus! Scheiße! Das ist eine Frucht! Hi, hören! Das ist eine Wurzel! Äh, eine Zunge! Äh... Das ist ein Kürbis! Leuchtpilz! Eiskristall! Äh... Essig! Hä? Jetzt hab ich doch fast alles durch! Äh, hier gibt's ein Schleimiges Lull! Oh, warte mal, was ist das? Das ist eine... Ah, eine Schnecke, okay. Gut, Schnecke ist schleimig. Muss ich mir merken. Was denn her? Da! Äh, finde etwas Kühlendes! Hier! Ha! Wohin damit? Äh, reduzier die Hitze! Hab ich! Finde etwas Salziges! Äh... Essig! Ach nee, das ist ja bitter! Äh... Was? Chlorbrei? Chlorbrei? Lol! Lern lesen! Äh... Was Salziges? Hier! Nein! Eine Zunge! Eine Wurzel! Eine Formfrucht! Nein! Das da! Äh... Sammelgegrillte Zutaten! Da! Geschmortes Essen! Hier! Holy shit, ey! Äh... Warte mal, was? Äh... Das da! War das... War das richtig? Füge etwas Scharfes hinzu! Äh... Das da! Aus mir kann ich ja nichts! Boah, ich verderb grad so das Essen hier! Ja! Geschafft! Holy shit, sind das Kackspiele, ey! Weil ich will dann ein Jahr Premium gratis dafür, dass ich das mache! Oh mein Gott! Äh... Auftragstafel! Ja, nee! Krieg auf Nachschade! Ja, das ist irgendeine... Nebenquest! Beschaffe... Dingsbums zuhören! Beschaffe... Schnorra? Kantine hochbetrieben! Ja, ich muss hier erstmal raus! Ich will mal dort hin, dort ist noch nichts aufgedeckt! Aufgedeckt! Hab ich jetzt alles aufgedeckt? JETZT ist alles aufgedeckt! Sehr schön! Gibt's hier ne Quest? Nö! Oh, cool, soll ich nur nicht haben! Warte mal, ich hab hier doch grad alles... Was? Ich versteh die Map nicht mehr! Ich will so ein Ding haben! Ich will... Jetzt springst du mal da rüber! Sag mal... Oh Gott! Jetzt... Ich will... Den da! Oh wow! Okay, jetzt muss man die Zutaten suchen... Äh... Briefkasten gibt's hier keinen? Anscheinend nicht... Okay... Willkommen! Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute! Oder machen wir erstmal Krieg auf Narschadar? Nö! Raumhafen! Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt! Ich habe die maximalen XP erreicht, das ist so erniedrigend! Oh Mann, aber man muss sich halt echt abholen! Aber dann müsste ich halt mehrere Tage hintereinander zocken, damit sich das lohnt! Und das ist bei mir eben nicht der Fall! Äh, was mache ich denn? Falsche Tasse gedrückt! Ich zocke halt nur, wenn ich streame! Und das geht ab nächster Woche sowieso nicht, weil dann meine Keys wieder für zwei Wochen da sind! Könntest du es höchstens danach in der Woche machen und dann jeden Tag mal ein bisschen streamen hier! War ich jetzt überhaupt richtig? Soldat, Jedi-Ritter, ja! Ja, gut! Jetzt ist die Frage, gehe ich auf den Planeten Blut wegen dieser Eiskatze, oder nicht? Es ist halt eine Narsha-Dar-Quest! Warte mal! Was? Ich muss das dreimal... Oh, kriege ich sieben... Oh, ich habe... Oh, ja! Ja! Ich schaffe! Geo... L-L-L-L-Larvenhörne! Wo? Wo kriege ich diese Larvenhörne? Das ist jetzt echt eine gute Frage! Wo kriege ich die Larvenhörne? Ich könnte meinen Ex fragen, ob die mir hier slide, aber da hätte ich noch nicht. Nein, da hätte ich einen halben, bis so. Ähm... Hier! Das ist Ruth! Nein! Großzügige Dingsbums! Sprich mit... dem da! Das ist Krieg! Das ist Kopfgeld! Hä? Wo sind denn die anderen Sachen? Wollt ihr mich ver... Kack-Eimer? Ja! Vorbereitung... Vorbereitung... Geo... B... Sti... Larvenhörne... Gibt es hier einen Planeten, der so hießt? Aber soll ich den Quark herkriegen? Wir fliegen erst mal dahin... Wir fliegen erst mal dahin... Das sieht auf jeden Fall schon mal schön aus... Das sieht auf jeden Fall schon mal schön aus... Ja... Okay, interessant... So... Wann mal... Rishi? War das nicht der Planet der Twilix? Oder so? Irgendwie? Keine Ahnung... Äh... Nee... Komm... Ich will die wöchentlichen Missionen hier machen... Mehr will ich nicht... Das mache ich jetzt auch noch nicht... Nee... Ich habe zu viele Quests schon angenommen... Die müsste ich dann später abholen... Muss ich mir aber halt merken... Dass das hier ist... Äh... Vala... Was? Vala Morgulis... Ist das nicht von Game of Thrones? Doch, das ist von Game of Thrones... Vala Morgulis... Das sagt doch der... Wie heißt denn der... Dieser Wurm da... Irgendwas mit Wurm im Namen... Der sagt das doch immer... Vala Morgulis... Meine Königin... Hier... Bist du das? Nee... Du bist das nicht... Zu dir komme ich doch nicht... Will ich nicht machen... Noch nicht... Da lang... Einzeler Pirat... Wow... Hier oben... Gib mir dein Zeug... Ehm... Dann ferniert er sein und dann ja. Ich soll was abholen und muss jetzt zu denen ernsthaft ne fucking Quest machen? Was soll denn das? Was passiert eigentlich, wenn ich hier runterfalle? Ich will es nicht wissen. Doch, ich will es wissen. Ah, man stirbt. Nicht. Was? Was? So, geh zu Hause, wo du duschen kannst. Ich springe hier runter und kriege 1000 Damage. Was ist denn los hier? Äh, genau. Umgucken. Ne, kein Dalakron. Dahinter muss ich. Oh, was machst du? Du machst gar nix. Okay. Also, das sieht schon richtig geil aus hier, muss ich sagen. Warte mal, hab ich hier gerade was gehört? Nö. Äh, ja, gut. Es ist eigentlich gut wie gesprungen, welchen Weg ich fahre. Ich komme mal so oder so oder so ans Ziel. Äh, Nova Blade Pirat, Nova Blade Pirat, bla bla bla. Ja, ich muss euch eigentlich aufmischen. Ne, das nicht. Warte mal, das ist dahinter. Hier drinne ist es. Post, da. Äh, hey, ich habe gehört, dass du den Kristall gerne hättest. Nice. Dank dir. Geil. Danke, danke. Das ist cool. Wurde ich dann gleich wieder aufrüsten, mein Schwert. Welches? Die haben 56, okay. Moment mal. Wo ist meine Begleitung? Wo? Wo ist Kira? Äh, Kira? Oh, bist du nicht dabei? Nehmen wir doch mal Zeit. Schauen wir mal, woraus wir hier gemacht haben. Hallo, Sagen. Los, nochmal. Nein. Äh, warte mal. Was? Vier von fünf? Scheiße, ich sehe die Mission hier einfach nicht. Welches war das? Hier, grüßtige Gabe. Ne. Doch. Ne. Hä? Ach, wein. Lass mich doch in Ruhe, ey. Hab ich dir jetzt ne Kerri zu Jake Dingsbums zurück? Mach ich. Äh, da hin. Äh, da hin. Alter, hör auf, kurz drücken, Eike. Äh, da oben irgendwo. Gibt's hier vielleicht so ne Aufrüstwerkbank irgendwo? Oh, das wär geil. Hier gibt's Modifikationshändler? Oh, keine Aufrüstwerkbank? Das ist ein bisschen lame für so'n Planet, ne? Och, Mann, schade. Äh, da gibt's auch nix. Ich muss aber erstmal dazu der Quest. Hey, hab gesiegt. Okay, äh. Sprich mit Navoli. Wo ist das schon wieder? Ernsthaft? Sag doch mal, äh, nee, nicht Taxi. Hier, zeig mir das mal an. Das gibt's hier nirgendwo. Lol. Das ist so ne Planeten ernsthaft? Das ist ein bisschen scheiße. Das ist so ne Sackgasse. Näh, Sackgasse. Näh, hoch ne Sackgasse. Schade. Die müssen eigentlich auf jedem Planeten ein Aufrüstwerkbank haben. Das wär echt nice. Äh, ein ganzes Stück muss ich noch fahren. Da lang. Ne, ich hör nix. Ne, ich hör nix. Hä? 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 Warte mal, ist das da drunter? Das ist da drunter gewesen. Lol. Besuch. Äh, ich bin hier. Äh, Wohlstand. Äh, ja, das fest ist legal. Oh, scheiße. keine sorge und jetzt gehen wir mal kram klatschen das müsste ja demnach hier unten sein gibt es hier so eine aufrüstbar ne wo muss ich jetzt hin ich bin eigentlich nur wegen dem fest hier da oben hab dich gefunden du stöpsel repariert da ist noch ein stöpsel und natürlich sind da so ne ekel viecher ach komm hä hat die sich geheilt was für ein viech das kann nicht sein hat die sich einfach geheilt äh nächstes stöpsel ding da hinten das hat sie auch so sehr geil was ist falsch bei den tieren oh 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 äh stöpsel repariert soll ich den ganzen weg zurückbleiben da hoch äh da lang ne da lang wohin denn jetzt wo bin ich denn da unten oh gottes willen so wie lange bin ich dabei wie Stunden. Überlegen, ich will heute noch auf den Minecraft Server gehen. Werde ich dann gleich machen, damit ich mich auch noch ein bisschen was reißen könne. Aber ich muss dann erst noch mein cooles Schwert auf modzen mit dem coolen Lichtschwertkristall. Das ist passiert. 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 Was? Jetzt muss ich schon noch einen Vogel fangen? Joa. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Finde den seltenen Oro-Vogel. Ui, 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 ui. So, hier wären wir schon noch mal. Ich muss noch jetzt weiter. tut 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 äh, hä? was ist denn das hier? festungs, achso, ne, ich hab keine festung ich möchte auch keine aha äh, euch gehts gut, oder? was? Moment, absteigen Alter, für eine Frau bist du ganz schön muskulös hä? was? was? das hört sich an, als ob der Ton hinten rauskommt ich muss da lang ok wieder was aufgedeckt? nice fehlt ja nicht mehr viel ok wo bin ich denn jetzt? da unten, ok ok was? gefangener krackier ok ok was ist das? tote vögel ok hier oben gibt's auch bestimmt irgendetwas geheimnisvolles hier gibt's hier gibt's einfach wix oh doch, hier ja kann ich aber kann ich aber nix anklicken ne? schade was? dschungel tunitran ey, die Namen der Tiere manchmal das ist ja das ist ja winzige Sandkrabbe überfahren dschungel dschungel dschungelwamper der Name ist cool bin in schade in schade wix wix schade und in korrekt und auch waz Ja, 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 ja. Wenn jemand einschreitet, werden diese Kulinarische Touristen sie alle aufessen, ohne auch nur einen Gedanken an die Katastrophe anfolgen, die diese Touristen nie behaupten, erleben werden. Wenn jemand eine Katastrophe anfolgen, die die Katastrophe anfolgen, dann werden sie die Kulinarische Touristen sie alle aufnehmen. ich überspringen mal das gequatsche kurz auch immer ich geschickt hat wird den unterschied nicht erkennt ich schwöre es tötet ich wusste vielleicht ist mir okay moment mal jetzt will ich aber so ein vogel sehen ich dachte das sind flatterviecher und nicht auf zwei beinen laufende riesen dino-echsen aber okay jetzt habe ich vergessen was für ein vieh ich klatschen muss aber ich glaube das war das hier das ist das erste was mir angezeigt wird riesen orovogel mit karen zu ach hier zum hut okay ansonsten war ja hier auch nichts mehr das ist gut dann kann man das eben mal machen ist dienst da steht auf jeden fall fest aber heute leider nicht da muss ich ich werde dann aber noch ein cooles lichtschwert aufrüsten danke nochmal für den lichtschwert kristall also danke 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 moment mal rewan schatten ja wo muss ich jetzt sehen da zu meinem schiff bitte wo ist denn der enthaltser ist er beim Ausrüsten gebunden. Geil! Da wird der Darko aber neidisch werden! Cool, danke, danke, danke nochmal für das Geschenk! Jetzt muss ich mir ein Abo zulegen, um weiterzuleveln, damit das Lichtschwert noch stärker wird! Das geht ja jetzt nicht anders! Ah, cool, cool! Cool, cool, cool! Also im Grunde habe ich schon eine oder zwei Aufmarscher da jetzt gemacht. Auf jeden Fall, diese Koch- und Servier-Missionen, die mache ich nicht noch mal im Stream, die werde ich definitiv das nächste Mal Offscreen machen. Weil das ist ein bisschen zu hektisch für mich, als dass ich dann die ganze Zeit ins Mikro brille. Dann mach mal das lieber Offscreen. Also hier das da, Kantine-Hochbetrieb und das komische Koch-Ding. da. So, wo ist es denn, Lichtschwert? Einmal mit dir raus, und einmal mit dir rein. Jetzt. Wie sieht's aus? Boah, geil! Huuu, yeah! Boah, sieht das geil aus! Hammermäßig! 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 Guck mal, ich habe neues Lichtschwert! Du nicht! Haha! Geil! Ah, ist schon cool, ist schon cool, ist schon cool! Gut, da werde ich jetzt noch mal kurz nach Shadar fliegen, die eine Quest abgeben. Oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann, äh, hier kann man ja nicht mit Tastatur alles machen. Dann werde ich den Star Wars-Team beenden und Minecraft-Team starten, ne? Und am Donnerstag gibt es dann echt sechs Stunden lang nur Star Wars. Und dann gönne ich mir dann zum Donnerstag. Oh ja, das wird dann so sein. So. Na, Shadar! Erstmal. Und da sind wir da. Oder auch nicht, wir sind jetzt erst angekommen. Oh, das Laden dauert aber ewig heute hier. Schon wenn da zu viele Spieler rumrennen. Ähm, kann ich das hier schon benutzen, ne? Nein, kann ich natürlich nicht benutzen. So. Was? Na, Shadar kontinuiert von Salus Korbus oder so. Äh. P. Warum ist die hier nicht möglich? Ich würde mich verkack-eimern. Was soll das? Oh, hier müssen die doch jetzt nicht möglich sein. Ja. Äh. Äh. Klub Fertiger. Klartiskantina. Promenade. Scheiße, wo waren das? Wo waren das, wo ich hin muss? Ich glaub hier noch. Promenade. Ich glaub ich muss zur Promenade. Ehe. Ja, da wird's doch schon angezeigt. Gabor. Gaborga, der üppige. Könnt man üppig viel Geld springen lassen. Okay und hier steigt man schon mal ab Denn hier muss ich leider laufen Hier ist eindeutig zu viel los Und hier sind wir im Haus Ja! 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 Tausend Münzen gekriegt! Alter, und so viel XP, ganz echt, da werde ich mal abholen. Am Donnerstag vielleicht sogar schon. Und ich kann ja auch XP Offscreen sammeln, indem ich einfach so kämpfe, ohne Quests zu machen. Gut, dann werde ich aber jetzt den Star Wars Stream hier beenden. Ich werde gleich einen neuen starten, wo ich Minecraft spiele. Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank für diesen wundervollen geilen Lichtschwertkristall. Und hinsetzen war sinnlos, weil zum Ausloggen stehe ich eh auf. Bud, kann ich hier nicht, oder was ich hab? Stark hole in den Dr. E. Da ist ja auch schön. Ich habe es die Sitzung. Ich habe es hier um. Ich habe es hier mehr, bis zum Ausloggen. Ich habe es hier in den Himmelschwertkristall.